Hallo zusammen, hier ist wieder Eutschela und ich freue mich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Spielzeug, was wir aus einer Kiste bekommen. Und dazu sind wir einmal in Revendreth und zwar hier auf den Koordinaten 62, 72 hier unten. Und dort gibt es einen Plan, den wir anklicken können, und zwar diesen hier. Und sobald wir ihn angeklickt haben, sind wir in einer anderen Phase und müssen dann hier zu dieser Kiste kommen. Und wenn wir zu dieser Kiste kommen wollen, müssen wir durch diese Kugeln durch. Und die Kugeln, die stoßen uns weg. Seht ihr das? Wenn wir hier ranlaufen, werden wir einmal weggekickt, heißt wir dürfen die nicht berühren. Und wenn wir anscheinend zu viele berühren, dann fliegen wir aus der Phase raus und müssen dann dementsprechend wieder von vorne anfangen. So, wir gucken jetzt, dass wir durchkommen. Ich nehme jetzt mal die Reisegestalter. Bin ich einen Ticken schneller? Schauen wir mal hier irgendwo durch. Ne. Vielleicht so. Ah ja, das hat... Okay. Ja gut, es hat geklappt. Haben wir es eingetütet, das Spielzeug. Und zwar, da haben wir es. Verbundfähiger Sündenstein. Ähm, und den werden wir jetzt einmal lernen. Zack. Also ihr habt gesehen hier, wenn dann, man hat Movement oder man hat Sonderfähigkeiten wie der Druid. Ich denke mal, mit der Venture-Fähigkeit, wo du sporten kannst, dürfte es auch relativ einfach sein. Ich bin jetzt aber hier Necrolord. Dementsprechend habe ich sowas nicht. So, was macht das Ding denn? Ähm, benutzt aktiviert, um Erkenntnisse aus dem Sündenstein zu gewinnen. Machen wir das mal. Setzen wir es mal ein. Ah. Schau mal, wir haben jetzt hier so einen kleinen Sündenstein auf der Schulter. Das ist eigentlich ganz cool. Warte, man ist ja auch da, wenn ich ein Bären bin. Ne, leider nicht. Okay, schade. Das wäre ganz cool gewesen, wenn der hier auch da gewesen wäre, ne. Bei der Katze ist er wahrscheinlich auch nicht da, ne. Okay, also wir haben dann so einen kleinen netten Sündenstein auf der Schulter sitzen. Ist eine ganz nette Geschichte. Und wieder ein Toy mehr. Gut, dann sind wir auch schon wieder durch mit dem kleinen Toy-Guard. Ich zeige jetzt nochmal kurz die Position. Also quasi kann man hier ranlaufen und hier liegt der Plan. Ich weiß jetzt leider auch nicht immer, äh, weiß jetzt leider nicht, ob er immer da liegt. Bei mir war er hier gelegen. Ich vermute aber, dass er immer da liegt, beziehungsweise ich hoffe, dass er eine kurze Respawn-Zeit hat, wenn er nicht immer da liegen sollte. Und ja, ihr könnt ja auch mal versuchen, hier irgendwie mit dem Goblin-Gleiter von oben runter zu fliegen, falls ihr das Rätsel hier nicht hinkriegt oder keine Fähigkeit habt, wo ihr das so ein bisschen cheesen könnt. Ja, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Äh, ciao.